Willkommen zu einem weiteren Video von der Grazer Fotoschule. Wie ihr mitbekommen habt und wir auch schon in einem Video gezeigt haben, verwenden wir das Olymposystem sehr, sehr häufig, auch aber nicht nur auf Reisen. Und neben den Kameras, die ich schon einmal erwähnt habe, was wir da alles so mitnehmen, sind natürlich vor allem die Objektive ganz, ganz entscheidend. Und da habe ich eine Auswahl von Objektiven vor mir liegen. Das sind die Objektive, mit denen wir einfach fotografieren. Und da möchte ich einfach nur ganz, ganz kurz sagen, warum verwenden wir das eine oder andere und wie gefällt es uns. Das wird jetzt kein kompletter Testbericht, überhaupt nicht, aber einfach ein paar Worte dazu, was wir damit fotografieren. Generell ist natürlich gerade die Größe der Objektive ein riesiger Vorteil, wegen dem kleinen Sensor. Natürlich gibt es auch da größere Objektive, aber vergleichbare mit größerem Sensor werden natürlich dann eben noch größer, noch schwerer. Und die Objektive allein sind eigentlich auch ein Grund, warum wir ja, ich mich für das Olympus-System entschieden habe, weil die von der optischen Qualität wirklich allesamt wahnsinnig gut sind. Allesamt, naja, vielleicht weiß ich nicht, muss ich ehrlich sein, ich kann nur sagen, die, die wir verwenden und mit denen sind wir wirklich extrem zufrieden. Welche setzen wir da vor allem ein und wofür? Zum Reisen, als wirklich Universalsumme mal, habe ich dieses 12 bis 40 Millimeter mit einer maximalen Blendenöffnung von 2,8 immer mit dabei. Das ist so ein Universalobjektiv. Wie gesagt, der Crop-Sensor dieser Kamera ist immer 2. Das heißt, verglichen auf Vollformat muss man immer alle Brennweiten mal 2 rechnen. Sprich, das würde entsprechen einem 24 bis 80 Millimeter Objektiv. Ja, das ist so mein quasi immer drauf. Einfach, wenn ich so durch die Gegend gehe, ein Universalzoom, sind wir sehr zufrieden, muss ich gar nicht groß darüber reden, aber das ist so das Standardobjektiv, was ich drauf habe. Das Zweite, was ich auf Reisen immer mitnehme, ist das 40 bis 150 Millimeter. Das ist schon relativ groß. Warum? Na ja, es ist Lichtstärke 2,8. Es ist natürlich viel, viel kleiner immer noch als ein vergleichbares Erfolgformat, aber das hat trotzdem schon etwas an Gewicht und Größe. Na ja, deswegen verwende ich auch die OM-D M1 Mark 2 so gern, weil das einfach noch eine sehr gute Kombi ist und in der Hand liegt. Für die OM-10 oder OM-5 ist es davon eine Balance her, finde ich persönlich nicht mehr ganz so ideal. Für die ist es ja wie gemacht. Das ist vielleicht das schärfste Tele, das ich bis jetzt in der Hand gehalten habe. Also schärfe meine ich jetzt natürlich, wie die Bilder rauskommen. Bis in die Randbereiche, auch bei Offenblende extrem scharf und wirklich gut vor allem, da gibt es einen kleinen Telekonverter dazu. 1,4-fach, der ist ganz, ganz dünn. Und warum macht das Ganze so spannend? Na ja, wenn ich dann denke, 150 Millimeter und das nochmal 2 entspricht schon einem 300 Millimeter und das nochmal 1,4, also fast 1,5. Da haben wir knapp 450 Millimeter Brennweite. Die Größe verändert sich gar nicht mehr. Das heißt, 450 Millimeter Brennweite auf Vollformat-Äquivalent, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr handlich dafür. Das verwende ich wirklich oft, vor allem für Tierfotografie, aber auch so beim Reisen, weil ich auch Landschaftsfotografie sehr oft gern mit diesem Tele-Look habe, diese komprimierende Wirkung. Ja, eines der häufigsten Objektive, die ich generell verwende. Und als drittes im Bunde von dieser 2 8er Linie, das 7 bis 14 Millimeter. Auch das nicht mehr ganz so leicht, auch das schon, ja, weil es eben auch sehr, sehr robust ist, nicht mehr ganz auch, also billig, ja. Ein extrem gutes Weitwinkel, 7 bis 14 Millimeter. Das bedeutet, es wäre also 14 bis 28 Millimeter als Vollformat-Äquivalent. Ich muss wirklich sagen, von der Verzeichnung her, ich hätte es nicht gedacht. Ich bin immer sehr kritisch gewesen bei Objektiven für kleinere Sensoren, wenn dann so extreme Weitwinkel passieren sollen. Das Objektiv ist für mich wahrscheinlich das beste Weitwinkelobjektiv, das ich kenne. Es hat für mich nur einen Nachteil, das haben aber alle, diese extremen Weitwinkelobjektive. Na ja, mit Filtern wird schwer. Ihr seht, das ist so eine wölbende Außenlinse. Das heißt, da braucht man schon deutlich größere Filtersysteme als jetzt die normalen Schraubfilter für die anderen Sachen. Aber sonst, ja, auch für Architektur ein wirklich ganz, ganz tolles Objektiv. Und dann auf Reisen, ja, nehmen wir zumindest immer zwei weitere Objektive mit. Das eine, 45 Millimeter 1,8, also das ist wirklich putzig, finde ich, muss ich wirklich sagen. Das ist so das 90 Millimeter Äquivalent, also das ist eine Festbrennweite. Das nehme ich einfach dann, wenn ich etwas Lichtstärkeres brauche, für ein paar schnelle Porträts. Na ja, das hat einfach überall Platz. Das ist, ja, leicht, klein, das nehme ich einfach mit, stecke ich schnell drauf, wenn wir irgendwie dann tolle Menschenporträts, Kopfköpfe haben, Headshots für unterwegs. Ja, es, wie gesagt, hat einfach überall Platz. Und dann, zweite Festbrennweite, die wir auf Reisen immer mithaben, ist die 17 Millimeter 1,8. Das verwende ich zwar hier und da auch fürs Fotografieren, ja, es entspricht so knapp einem 35er Äquivalent, weniger aber zum Fotografieren als vor allem zum Filmern eben auf einem Gimbal, Handgimbal oder auch, wenn wir es auf die 1er draufgeben, dann direkt aus der Hand, weil die OM-D M1 eben die Mark II vor allem einen wirklich ganz, ganz tollen Bildstabilisator hat. Also vor allem zum Filmern verwenden wir es zum Fotografieren hier und da, aber ehrlich gesagt nicht ganz so oft. Und dann gibt es noch ein Objektiv, das ich sehr, sehr gerne habe, 75 Millimeter 1,8. Das ist schon, ja, würde ich sagen, eine wirklich, wirklich tolle Portraitlinse. Auf Reisen ist es mir oft ein bisschen zu schwer und groß, das heißt, da gebe ich dann meist in 45 Millimeter den Vortritt. Vom Look muss ich aber ehrlich sagen, gefällt mir das besser. Ja, es ist einfach wirklich gerade für Headshots wahnsinnig gut geeignet, hat eine sehr, sehr schöne Freistellung bei Blende 1,8. Durch diesen auch leichten Tele-Effekt kommt es mir super entgegen. Was schade ist, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob es eine gibt, aber es ist keine Gegenlichtblende dabei. Bei den kleinen Festbrennweiten sowieso nicht. Muss man mal erkundigen, ob es überhaupt eine gibt. Ich merke es aber bei Gegenlichtaufnahmen, dass es da manchmal ein bisschen unschöne Flares hat, wo ich es aber auch sonst häufig verwende, ist, wenn es einfach nur dunkel wird und ich brauche, also im schattigen Bereich das Ganze oder auch im Studio. Im Studio wirklich ganz, ganz tolle Portraitlinse für Headshots. Ja, eigentlich dafür fast mein Lieblingsobjektiv, vor allem, weil ich auch gerne dieses Spiel mit Schärfe und Unschärfe habe. Ja, das letzte Objektiv aus hier liegt, 25 Millimeter 1,2. Sehr interessantes Objektiv. Warum? Naja, wir wissen ja, durch den kleineren Sensor, das Micro Four Third, ist also vom Crop Faktor 2, haben wir die Situation, dass wir nicht ganz so starke Schärfe-Unschärfe Möglichkeiten haben bei Offenblende. Das bedeutet, wenn wir das vergleichen zu Vollformat, nehmen wir an, wir hätten jetzt eine Blende von 2,8, dann entspricht das ungefähr dem Schärfe-Unschärfe-Verlauf auf Vollformat von Blende 5,6, also von zwei Blenden mehr. Das ist so der Umrechnungsfaktor. Und um dem entgegenzuwirken, haben Olympus und andere eben auch, die so kleine Sensoren bauen, begonnen, Objektive mit größerer Offenblende zu machen, wie eben zum Beispiel der 25 Millimeter 1,2. Ja, das entspricht eben auch dem 50 Millimeter, den ja ganz, ganz viele lieben, diesen Look. Es ist ein sehr gutes Objektiv. Ich persönlich bin auch sonst nicht so der wahnsinnige 50 Millimeter Fan. Ich habe ein bisschen längere Brennweiten lieber. Das ist aber Geschmackssache natürlich. Ist ein tolles Objektiv. Auf Reisen kommt es für mich eigentlich nie mit. Warum? Wie gesagt, wenn man sich anschaut, wie groß das ist, das ist ja noch größer als das 75 Millimeter, was mir vom Look eigentlich besser gefallen würde für Portraits. Da ist für mich das 45,1,8 einfach ein besserer Kompromiss. Das ist das eine. Und auch sonst, wenn man eben so schaut, das sind jetzt 17 Millimeter, das sind 45 Millimeter. Irgendwo dazwischen ist eben das 25 Millimeter. Der Unterschied zu Blende 1,2, der ist schon wirklich gravierend, was es eben mit Gewicht und Größe betrifft. Und deswegen tolle Linse. Ich sage trotzdem, ganz ehrlich, ist nicht so ganz mein Favorit. Wirklich gespannt bin ich auf das bereits angekündigte. Und es gibt es ja, glaube ich, auch schon wirklich. Ich habe es noch nie in den Händen gehalten. 45 Millimeter Blende 1,2. Das wird für mich ein spannendes, spannendes Objektiv werden. Ich hoffe, ich bekomme es bald einmal zum Testen. Meine Erfahrungen werde ich dann natürlich auch gerne weitergeben. Ich hoffe, das hat geholfen. Einfach mal einen Überblick über die Objektive, die wir verwenden. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, zu denen kann ich aber nichts sagen. Das sind die, die wir wirklich fast tagtäglich im Einsatz haben, mit denen wir super zufrieden sind. Vorwiegend auf Reisen, aber auch das nicht nur, sondern auch hier für die Studio- und Portraitfotografie im Einsatz. Ich hoffe, es hat euch helfen können. Die Objektivwahl ist ganz, ganz entscheidend. Nicht nur die Brennweite, nicht nur die Blende, sondern natürlich auch sonst die Qualität von dem Ganzen. Und da sind wir wirklich mit diesem System extrem gut bedient und richtig happy.